Blub blub, willkommen zurück zu Let's Play Endless Legend, jetzt mach ich doch wieder viel mehr als ich machen wollte, aber es ist grad so spannend, Leute! Und ich kann ja nicht bei sowas hier einfach, ne, ich hab euch ja schon Cliffhanger angetan, also... Ich mach's Auto, Leute, weil ich glaube, dass ich sie besser besiegen könnte. Oh mein Gott, no chance. Guck mal das Leben von den Dingern an, von einem. Und die machen Strahlen, ey, wir werden verlieren. Öh, hallo? Wir werden verlieren, aber ich mein, was soll's. Wir verlieren mit Ehre. Okay, wir verlieren nicht. Das ist interessant, die haben zu viele Züge gebraucht. Das Problem ist, was mach ich jetzt? Hab ich genug Geld? Ich hab nicht genug Geld. Sonst könnte ich mir noch einen einfach hier basteln. Der mir hilft, aber... Mein Held kommt auch nicht schnell genug zurück. Aber das werde ich jetzt tun müssen, weil... Ich muss die Stadt ja beschützen. Achso, dafür belagern sie mich jetzt auch noch, na toll. Die Restlichen haben mich dann einfach belagert, okay. Äh, dann ist das aber erstmal safe, soweit. Du kommst wieder hier runter, denn ich brauch dich hier. In der nächsten Runde, damit du richtig um dich haust. Ja, man sieht, die Typen können ganz schön gefährlich werden, die hier noch so rumlaufen. Denn das hier ist einfach nur umherziehende Armee von Monstern. Krass, oder? Das ist richtig krass. Wenn ich das ganze Ding verkaufen würde, würde das auch mehr Kohle bringen ohne Ende, aber... Das ist einfach nicht wert. Okay, nächster Zug. Mal gucken, was passiert. Oh, der hat 80% schon übernommen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wenn er die auf 100% bekommt, muss ich die nämlich auch wieder so zurückerobern. Ja, kommt aber nicht. Jo, let's see. Yay, Stadt verloren. Die haben sie geplündert. Achso, die Stadt ist im... Die ist dann völlig hinüber. Die ist völlig... Die hab die... Ich hab die 8er Stadt von dem verloren. Oh mein Gott. Die beste Stadt, die es hier gab. Im ganzen... Im ganzen Bereich momentan. Oh, na, klasse. Na, komm, hau sie weg. Direkt angreifen und Ruhe ist. Oh. Hier ist aber noch eine Armee drin gewesen. Das ist schlecht. Nein. Nein. Mein Held ist besiegt. Was? Jetzt geht alles vor die Hunde. Ich will diese Stadt haben. Verdammt. Der hat hier irgendwo noch Truppen passiert in dem Land. Der hatte hier noch Truppen. Verdammt. Okay, wie krieg ich jetzt wieder... Wie krieg ich jetzt wieder Leute an den Mann hier? Neue Armee. Ich brauch jetzt Truppen. Das ist nicht... Oh, das ist unglaublich. Die Stadt ist eigentlich besiegt und ich kann sie nicht einnehmen, weil ich keine Truppen habe und weil der einfach noch ein paar Truppen hier rumstehen hatte. Irgendwo in der Nähe. Urteil ist gewachsen. Ja, das ist super toll. Die bringen mir nur alle noch nichts, die Städte, weil die noch nicht weit genug sind. Das Dumme ist, ich hab nämlich auch viele Handelsrouten verloren, wie man sieht. Oh Gott. Und die bringen alle gar nichts mehr, weil... Ah, meine... Weil die nicht mehr verbunden sind hier durch Bil... Äh, Bilzero. Das war der schwierigste... Das war der stärkste Schlag, den man hätte verpassen können. Richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Jetzt können sie meinen Helden nämlich auch noch wegballern. Der Held hat zum Glück überlebt. Ja, jetzt versuchen sie es nämlich. Oh, die haben schon wieder Miliz bekommen. Worum sind die denn her? Oh nein! Die haben meinen Helden gekillt! Dammit! Ja gut, die müsste ich nicht töten, aber das wäre besser, wenn ich die platt bekomme. Das war dumm. Na ja, das war ziemlich dumm, aber... Kadaver-mäßig sieht's gut aus. Na ja, sieht sehr gut aus. Damn! Ich hab keine Truppen mehr, Leute. Ich zieh den hier zurück. Ich will meine Stadt wiederhaben. Danach beende ich diesen Krieg von mir aus. Aber ich will die vorher wiederhaben, Leute. Das kann nämlich nicht sein. Oh, natürlich greift ihr an. Idioten. Ja, wir sind sehr unzufrieden gerade. Das heißt, wir kriegen auch weniger Bedast und alles. Oder soll mir mal gerade egal sein? Die Miliz hat Erfahrung gewonnen. Wie, wie bele... Wie? Wer belagert jetzt Sipuan mit seinen sechs Truppen? Verdammt! Oh, Scheibenkleister. Kann ich den raushauen? Nein, kann ich nicht. Ich hab auch kaum noch Truppen zum Verkauf, ne? Die brauch ich noch. Die hatten wir ein paar Mal das Leben gerettet bisher. Da steht keiner mehr. Hier auch nicht. Ist nur noch Miliz hier drin. Langsam wird's dünn, Leute. Langsam wird's sehr, sehr dünn. Ja, ich verkaufe die. Aber das reicht nicht. Ne, das reicht nicht. Das ist unnötig. Langsam wird's echt dünn, ey. Denn im nächsten Zug werden die einfach angreifen und ist die Stadt weg. Einfach, weil da sechs Truppen von denen rumlaufen. Das ist eine riesige Armee im Grunde. Zu gefährlich. Ja, sie greifen an. Ich sehe es doch. Und down. Oh, ihr Schweinehunde, ihr Dreckigen. Ja, der Krieg ist herausfordernd. Die haben kaum Schaden genommen. Diese blöden Zentauren. So viele Zentauren einfach. Mein Reich ist ganz schön zerstört gerade. Mein Held ist down. Meine Armee ist down. Hier, die steht nur noch aus Schrott. Ja, die plündert ja jetzt gleich meine Stadt. Fürchte ich. Ja gut, den kriegt er nicht tot. Das ist schon mal gut. Ja, das Problem ist, hier haben sie die sechs und noch zwei in der Garnison, ey. Das kann nicht sein. Und die gehen jetzt in die Richtung. Das sehe ich doch. Hier kommt es zum Glück nicht durch. Das heißt, entweder gehen sie da rum oder da rum. Hier wäre dumm. Was sollen sie noch machen? Oh nein. Natürlich hat er mich angegriffen. Oh, guck mal, was das für eine Beschädigung ist, ey. Aber weißt du was? Ich hau trotzdem nochmal drauf. Ja. Denn jetzt hab ich sie platt. Und in der nächsten Runde sind die Städte wieder mir. Beide. Und dann will ich einfach einen Friedensvertrag erheischen, weil... Ist mir egal. Ich will die Stadt wieder haben. Nein, jetzt hat er wieder drei Garnison in der Sack. Das ist so unfair. Oh, wie ich sie nicht down bekomme. Penner. Wegen diesen... Ja, die kriegen halt hier noch die 137 als Lebensenergie rum drauf. Das ist halt voll gemein. Ich meine, das ist halt, wie die Stadt sich besser verteidigt. Aber, ne, durch die Belagerung und so. Und ich hab kaum noch Truppen. Das ist mein Problem. Oh, Horlaken macht nix mehr. Das ist schlecht. Damn it! Äh, minimieren. Ja, okay, jetzt ist es vorbei. Oh, scheiße. Was jetzt passt? Sorry, Leute. Ah, jetzt haben wir einen Cut gemacht. Sorry. Ja, ich werde jetzt einen Friedensvertrag erheischen wollen, weil... Die sollen nicht meine Heimatstadt bekommen. Waffenstillstand und ich will von dir Gold. Das hat mich jetzt ruiniert, der Kampf. Dammit! Oh man, Leute, das war jetzt heftig. Der ist noch handlungsunfähig für eine ganze Weile. Ich hab meine ganzen Truppen verloren. Ich hab meine ganzen Truppen verloren, das gibt's nicht. Das da brauch ich aber unbedingt. Weniger Kosten. Ich hab jetzt ein Problem, Leute. Ich hab jetzt ein richtig, richtiges Problem. Ich hab keine Truppen mehr. Ich hab gar nichts. Achso, und die haben Sipphorn eingenommen. Ja, Leute, ich erklär das Spiel hiermit für beendet, weil... Ich bin da und der Krieg hat mich ruiniert. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Hm, das geht ja nur einmal. Meine besten zwei Städte sind weg. Die kleinen Pillestädte, die ich hier eingenommen hab, bringen mir im Grunde gar nichts. Hm. Ja, der Krieg war sehr, sehr verlustreich für mich. Brauch ich nicht. Ich brauch Truppen. Nein. Ich brauch trotzdem Truppen. Ich brauch einen Wucherer. Ich hab Sipphorn verloren. Das ärgert mich gerade sehr, Leute. Ich bin ziemlich doof gerade. Ich bin ziemlich doof. Ich brauch noch einen Wucherer. Alter, wie scheiße bin ich, ey. Dann brauch ich die Nekrodrohne unbedingt. Brauch ich am besten... Was dumm ist, ich kann keine... Ja, ich kann keine Heiler mehr machen, ne? Oh, nein. Oh, so dumm. So dumm. Ja, ich kann auch keinen Krieg mehr erklären momentan, weil ich einfach nicht genug Einfluss hab. Wär auch dumm, weil ich würd draufgehen, instant. Instant for the win. I don't know. Ich bin ziemlich down gerade. Ich bin total verstreut. Mein Reich ist total hinüber. Ich bin hier, wie gesagt, nur noch ein Stückchen vorhanden. Meine zwei besten ältesten Städte sind hinüber. Hm. Ich brauch unbedingt mehr Fighter. Aber richtig. Meine Handelswege sind kaputt. Komplett, weil der Haupthandelsweg eben durch die beiden Städte ging. Die haben mich richtig fertig gemacht. Die haben mich richtig, richtig fertig gemacht, ey. Ja, komm, hau mal einen Minotaurin raus. Den kann man sich auch gut gebrauchen. Das Wegerecht bringt mir nicht so viel, fürchte ich. Ich hab keine Handelsroute mehr. Super geil. Ich bin praktisch tot. Ich muss gleich eine Einheit verkaufen, weil ich hab kein Geld mehr. Ja, aber das können wir regeln. 21 krieg ich hier. Minus 14. Die laden wir um. So, haben wir das schon mal erledigt? Ah, war spannend, Leute. Und gerade ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber hey, you live and you learn, ne? You live and you learn. So, haben wir auch einen Plus wieder. Kein Problem damit, einen Minus zu machen. Aber das ist doch ein bisschen heftig. Ja, mehr geht nicht. Da mach ich einen Minus, ist okay. Hier mach ich dafür einen Plus. Das können wir vielleicht noch ein bisschen schmälern. Aber trotzdem dann noch was draus machen. Hab ich die hier oben wieder? Ja. Die hab ich in meiner auch wieder. Das ist gut. Oh Mann, Leute. Wie kacke bin ich. Weil das war echt heftig. Da verhängt die in ihren blöden Centauren. Ich hätte nicht gedacht, dass die so krank stark sind. Hammerhart. Ich hätte Minutauren gebraucht. Die hätten die so auseinander genommen. Einfach, weil sie Ritterschlechte haben. Oh, damn it. Ja, die haben ein paar große Städte verloren. Aber ich hab die Stadt ja auch nicht mehr hier. Insofern, who cares? Na, die ist wieder sehr groß geworden. Das ist jetzt mal eine meiner größten Städte. Aber ihre Hauptstadt da ist auch weg. Die sind halt auch sehr zerstreut. Aber die haben zwar in meiner großen Städte erobert. Das ist krass. Das war dumm. Das war richtig dumm. Da muss ich drauf achten. Der Wachtturm ist fertig. Okay. Was seid ihr? Ihr seid wieder umherziehende Futzels. Nee, ich... Kann grad nicht. Beim nächsten Mal, Freunde. Beim nächsten Mal. Im Ende aber die andere Station ist fertig. Oh, das war böse, ey. Das war... Das war devastating. Da hab ich richtig Fehler gemacht, Leute. Aber das... Das werden wir mal gucken, ob wir das noch umreißen können, irgendwie. Aber im Grunde bin ich gerade echt zerstört. Gold könnte genutzt werden. Das ist gut. Und das auch. Ja. Beide muss ich aktivieren. Ich brauch Geld. Oh ja, oh ja. Guckt doch mal, was das für Geld gibt, Leute. Alter Verwalter. Du hast einen Sammler in der Stadt? Wie kann ich auf die Stadt klicken? Hast du da... Ja, neue Armee. Ich brauch den. Ich brauch den, Leute. Dann kann ich die beiden vielleicht noch platt machen. Warte mal. Kann ich pushen? Ich muss meine Bevölkerung pushen. Das wär gut. Necro-Drohne. Ja, dankeschön. Okay. 7, 5, 5. Okay. Was auch immer. Achso, die sind unglücklich, ne? Ne, die wird belagert schon wieder. Oh Gott, das ist unglaublich. Okay, ähm. Ihr kriegt mehr. Ihr kriegt mehr. Und ich könnte die Stadt noch ein bisschen stärker gestalten. Ich will die Eryzis haben, ehrlich gesagt. Ich glaub, ich sollte mir die Eryzis auch noch holen. Ich glaub, die hol ich mir. Die assimilier ich. Ich will die als Infanterie haben. Die sind saustark. Wieder drei Einheiten. Komm, versuch's. Greif sie an. Ja, geht doch. Mann, die blöden Viecher nerven. Und die sind hier noch stärker geworden. Und ich hab keinen Helden mehr. Damn it. Sind die abgehauen? Die sind da runter. Was soll denn das? Oh, das ärgert mich so, dass die Sippoern auch noch haben. Und die sind saustark hier. Damn it. Damn it, damn it, damn it. Ich brauch meine beiden Helden voll ausgerüstert. Dann mach ich die fertig. Dann hol ich mir einfach nur die beiden Städte. Mach mal, bestätig, ob das gut ist. Damn. Ja, ausgerechnet jetzt ein neuer Imperiumsplan. Horlaken ist gewachsen. Nö, ihr könnt mit denen um... Nein, ihr könnt mit denen umspringen. Ist mir egal. Frage ist, was können wir noch machen? Hier gab's noch sehr viel Unerforschtes. Da können wir hin. Ich mein, ich hab irgendwo ne Necro-Drohne bekommen. Hier. Die brauch ich. Und die muss ich trainieren. Ich muss die ja irgendwie platt machen können, die Leute. Ach, das gibt's nicht, ey. Ja, ich hänge. Okay. Hier hat er grad sehr viel geladen. Okay, die Necro-Drohne geht hier hin. Du gehst ja eh da jetzt hin. Und ihr sollt aber noch ein paar mehr basteln. Ich meine doch, ich hätte es mittlerweile erforscht, dass ich mehr haben kann, oder? Zwei von sechs. Ist nicht so gut, aber besser als gar nichts. Die anderen waren auch sechs Einheiten. Ist schon wieder Winter da. Oh mein Gott, das hat ein ganzes Jahr gedauert, der restliche Krieg. Yeah, now I will die. Aber ich hab richtig Kohle gemacht durch diese... Läuft das nicht immer noch? Gold ist richtig geil, Leute. Ich würd mir gern nochmal 40 davon kaufen, aber... Das wird zu teuer. Noch sechs Züge aktiv. Das hilft mir sogar jetzt noch weiter. Das hätt ich gebraucht. Mehr angreifen. Ja, obwohl hätten wir wahrscheinlich nicht viel gerettet. Ähm, der Markt. Der Markt ist F8. Was könnte ich noch machen? Ich würde gerne noch mal Gold machen, aber... Es gibt nur 44 auf dem Markt und der ist jetzt schon... Ja, da zahle ich mich dumm und dämlich. Ich meine, schaut das euch an. Das schaffe ich nicht. Vier Stück, das wäre genau passend, aber es wird ja immer teurer. Es wird ja immer teurer. Und von dem noch ein bisschen mehr Färbemittel und sowas könnte ich mir zwar holen, aber... Das bringt mir ja nichts. Ich könnte die noch mal verkaufen ein bisschen. Aber das bringt mir auch nicht so viel. Dass ich mir genug Gold kaufen könnte, auf keinen Fall. Na, die Dinger hier bringen es einfach, ne? Das ist es ja auch nicht wert. Komm du mal auf das Feld, ich will dich nachrüsten. Weil das ist jetzt der perfekte Moment dafür. Das brauche ich unbedingt. Ich will, dass du das bekommst. Es kostet, aber es ist wertvoll. Mehr Regeneration. Und mehr Leben. Viel mehr Leben, Leute. Seht ihr das? Den kriegen die nicht mehr tot. Das bekommst du und das bekommst du. Oh. Und sonst haben wir nichts mehr. Schade. Glücklich, ich habe keine Rüstung Rang 3. Doch. Habe ich genug? Ich habe genug. Stiefel Rang 3 haben wir auch noch. So. Bester Held. Wo ich das Geld habe, Leute, muss ich auch raushauen. Ich bin gerade ziemlich down, muss ich sagen. Das kostet viel zu viel. Mein Gott, wieso kostet das so viel? Ich brauche noch mehr. Das wäre halt super. Neimmunität gegen Winter auch noch. Und die sind auch gar nicht mal schlecht. Die machen auch guten Schaden. Nicht so viel wie die leider. Hm. Ja, ich muss versuchen, mir hier noch ein paar Boni rauszuholen, die mich retten. The question is, will they? Will they rescue me? Warte mal, wie sieht es überhaupt mit den Punkten aus momentan? Na, wir haben aber gut aufgeholt, würde ich sagen. Wir haben gut aufgeholt. Leider die noch mehr. Damn it. Hätten die meine Städte nicht, ne? Das wäre so ein guter Krieg gewesen. Oh, die bauen aus, wie ich sehe. Damn it. Die machen die Stadt noch stärker. Das ist gut und schlecht. Gut, wenn ich sie einnehmen kann. Schlecht, wenn ich es nicht schaffe. Ja gut, was habe ich für eine Wahl? Mehr Züge. Läuft. Hau raus. Das Traffinerie ist dran. Mehr Geld. Mehr Dust. Was ich gut brauchen kann, wie man sieht. Mit einem Zug. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich meine Einheiten verbessern sollte, dass das funktioniert. Ich habe so wenig Dust dafür. Ich bin jetzt schon immer nur am Rande vom Dust. Und ich weiß nicht warum. Ach, ihr Viecher da oben wieder. Ein bisschen mehr Dust. Das ist schön. Das hält noch ein paar Runden. Achso. Ja, ja gut. Oh Leute, ich bin ganz schön bummed gerade. Mann, Mann, Mann. Ob wir das wieder hinbekommen? Und dummerweise habe ich vergessen anzumachen. Die Uhr. Ich denke mal. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es da gedauert hat, Leute. Ich werde jetzt einfach mal den Part beenden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Puh. Seid ihr auch so fertig wie ich? Hättet ihr das gedacht, dass wir so abkacken? Naja. Im Grunde haben wir ja vier Städte eingenommen. Die Nummer war nur, dass uns die eine von diesen blöden Eis- oder Kristallkreaturen genommen wurde. Leider. Naja. Mal gucken, wie es weitergeht, Leute. Seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.